Neben der Universitätsbibliothek gibt es noch zahlreiche weitere Bibliotheken in Leipzig, deren Bestände wir nutzen können. Eine gemeinsame Suchoberfläche ist lerche.net. Auf der Startseite sind die teilnehmenden Bibliotheken aufgelistet. Besonders hervorzuheben sind hier die großen Bestände der Deutschen Nationalbibliothek, der DNB, aus der leider nicht ausgeliehen werden kann. Die Bibliothek können wir kostenfrei nutzen und vor Ort Kopien und Scans gegen Gebühr anfertigen. Die Bestände der HTWK und der Leipziger städtischen Bibliotheken sind ebenfalls mit Lerche durchsuchbar. Im Suchschlitz können wir unter anderem nach Titeln, Personen oder Identifiern wie der ISBN suchen. Bei den Treffern wird jeweils angezeigt, welche Bibliothek Exemplare bereitstellen kann. Ein Klick auf das Bibliothekslogo bringt uns Informationen dazu, wie wir an die jeweilige Quelle kommen können. Die Bibliothek Exemplare